Es ist ein Blick in die Zukunft, in eine Zukunft, in der vieles anders sein wird, als wir es heute gewohnt sind. Die Rede ist von der IONICA, Österreichs größtem Mobilitäts-Event, das auch heuer wieder in Zell am See Kaprunn über die Bühne ging. Ja, es geht um Faszination Mobilität, also nicht nur um die E-Mobilität, sondern wir wollen auch in unseren wissenschaftlichen Forumstagen das Thema Mobilität durchleuchten. Wo geht die Reise hin, wo ist die Zukunft, wie schaut es aus und an den Besuchertagen wollen wir natürlich Bewusstsein bilden, die Leute einladen, sämtliche verschiedene Exponate der Mobilität testen, dabei zu sein, das Ganze anschauen und einen schönen Familienausflug genießen. An den drei Expo-Tagen gab es für die IONICA-Besucher jede Menge Highlights zu bestaunen, zu Wasser, zu Land und in der Luft. Ein ganz besonderer Hingucker war dabei definitiv die vollautonom fliegende Passagierdrohne E-Hang 216, so etwas wie das Taxi der Zukunft. Es ist definitiv ein Zukunftsthema, Fliegen tun wir jetzt schon, nur nicht in Europa. Im Asien sind wir bereits in vier Städten im Echtbetrieb und rechnen in den nächsten 12 bis 24 Monaten mit einem flächendeckenden Rollout. In Europa, damit auch in Österreich, ist es vor allem eine Frage der regulatorischen Standards und Regulierung ist wichtig, Regulierung bringt Sicherheit. Eine Prognose ist wahnsinnig schwierig, wenn ich die EASA, den europäischen Luftfahrtregulator, zitieren darf, dann spricht er von einem Zeitraum bis 2025. Ein zentraler Partner der IONICA war auch heuer wieder die Salzburger AG, die sich um die gesamte Ladeinfrastruktur für Elektroautos sowie die Internetverbindung kümmerte. Der Energie- und Infrastruktur-Dienstleister war aber auch mit seinem Verkaufsteam vor Ort, um interessierten Besuchern die neuesten Entwicklungen zu präsentieren. Genau, wir haben eine App entwickelt, wo wir den Kunden anbieten, die Ladestationen einzusehen, welche Ladestationen sind frei. Man kann mit dieser App diese Ladestationen freischalten, man kann den Ladevorgang beenden und man kann seine Rechnungen einsehen und hat die volle Transparenz von dieser App. Wie derartige Ladestationen ausschauen können, auch das konnte man am Stand der Salzburger AG begutachten. Ja genau, wir haben zwei Ladestationen mitgebracht, zwei Wallboxen, die wir anbieten und wo der Privatkunde, wo der Gewerbekunde als auch die Gemeinde öffentliches Laden anbieten kann. Die Ladestationen sind sehr kompakt geworden, die Ladestationen. Sie verfügen über Ladeleistung bis zu 22 kW und es ist auch ein Abrechnungssystem, das wir anbieten und es ist auch wirklich einfach von der Handhabung für den Kunden. Wirklich interessante Entwicklungen, die auf der Ionica 2019 großteils auch erlebbar gemacht wurden. Eine kleine Reise in die Zukunft also, die sichtlich Spaß machte. , glaube ich.